Yo, was geht ab, was geht ab meine Freunde, willkommen zu einem weiteren Video von mir und zwar nur ein kurzes Freitagabend, äh, was sag ich, Donnerstagabend League Update Wie gesagt, es ist jetzt 22 Uhr, ja, relativ spät wieder das Video, was soll ich machen Ähm, habe ich nicht früher geschafft, wie gesagt, ähm, ja, was gibt's zu sagen In zwei Stunden kommen sowieso die Songs raus Kurzes, ja, kurze Zusammenfassung Wie gesagt, Orbstand 2 wurde ja schon sehr, sehr lange geleakt Ich weiß nicht, über eine Dropbox oder so, ich kann's euch nicht sagen Ich weiß auch nicht, ob sie daran nochmal was geändert haben Ähm, feiere ich persönlich nicht so, deswegen habe ich sie auch gar nicht, äh, ja, hat sie mich auch gar nicht interessiert Die meisten feiern uns, deswegen, ähm, sei es mal gesagt Zu Shirin David sei zu sagen, äh, ich glaube, der Song wird richtig geil Ach, muss ich ehrlich sagen, ähm, ja, mit Maitre James in zwei Stunden Der Song wurde auf jeden Fall nicht geliebt, freue ich mich auf jeden Fall mega Ähm, ja, von UFO sollte eigentlich der Song Poseidon kommen Poseidon oder so Ähm, anscheinend soll der Song doch Shot heißen Der schon lange geleakt worden war von, ähm, Datalove Ja, wie gesagt, Freunde, ähm, schauen wir mal was da kommt Ich kann's euch auch nicht sagen Ähm, Luciano bringt was Wurde auf jeden Fall nicht geliebt Äh, Leon Machère und K1 mit Portofino Brutaler Song, feiere ich Wieder an Copacabana angelehnt Äh, geile Summer Song Äh, Alexei schaut auch was raus Joni wurde auch geliebt Ja, und noch paar andere Dinger Ich weiß nicht, ob es jemand interessiert Brudi 030 mit Bentley, Reezy 100k, Marlo hoch Ja Die haben eigentlich noch Songs gedroppt Ich lasse euch mal kurz in ein, zwei Sachen reinhören Eine kurze Hörprobe Wie gesagt, seid gespannt In zwei Stunden geht's voll ab Kommen wieder geile Dinger Ja, ich muss anfangen mit Portofino Geiles Song Äh, spiele ich euch gleich kurz ein Der Horizont ist lila Der Flavor Costa Rica Spürst du es nicht auch? Vorbei in der Skyline von New York Einmal um die ganze Welt Nie am Morgen Keiner hält uns auch Also feiere ich Der Song ist auf jeden Fall übertrieben Geil, geiles Summer Song Äh, könnt ihr euch richtig gut geben Wie gesagt, auf Shereen David bin ich noch gespannt Ich glaub, der Song wird auch übertrieben geil Der Kampf um die Eins wird auf jeden Fall heftig Ja, ansonsten was noch zu sagen Ich kann euch noch den Song Shop mal kurz einblenden Von Ufo Es soll ja anscheinend Poseidon heißen Keine Ahnung Ähm Ich spule mal kurz vor Wie gesagt, also keine Ahnung Ob das jetzt wirklich so kommt Kann ich euch echt nicht sagen Ansonsten ja noch Brudi 030 Bentley Weezy Ja Seid einfach gespannt Mein Video kommt sowieso nach 0 Uhr Ähm Könnt ihr euch dann alles auf Spotify reinziehen Wie gesagt, unterstützt die Leute Und ja Was ist hier noch Marlon hoch Ja Gut Äh Yoni Kann ich euch noch einblenden Wenn ihr wollt Das Lied feiere ich persönlich nicht so Ansonsten feiere ich seine Lieder Ähm Was ist das hier noch Was ich so mache Wenn Alarm ist okay Äh Till Alarm ist okay Braucht das Geld kein Fame Äh Lass dreht meine Stage Waren Ja, feiere ich persönlich jetzt nicht so Äh Ansonsten was ist das hier noch Marlon mit Hoch und Jamul Mamma Mia Der kann auf jeden Fall richtig richtig gut singen Ähm Feiere ich Auf jeden Fall Ähm Was ist das hier Das ist Marlon hoch Ja Wie gesagt Der Song heißt auch Hane Okay Ja Stier Ähm Okay Ja Ansonsten Wie gesagt Seid einfach gespannt In Zwei Stunden Drop die ganzen Songs sowieso Und ja Freunde Mein Video kommt sowieso danach Es ist schon 22 Uhr Wer fickt das Äh Das noch so schnell Ja Hochzuladen Wird irgendwann morgen kommen oder so Aber vielleicht wird es der eine oder andere sich noch reinziehen Und in diesem Sinne Bleibt anständig Streamt die Songs Auf Spotify Und Ja Freunde Dann bis zum nächsten Mal Peace Bis zum nächsten Mal